Hallo, ich sitze hier zusammen mit Dirk Enruheil, der im Fachberat der Sikon ist und mit das Programm der nächsten Sikon im Mai zusammengebaut hat und gute Gelegenheit für mich zu fragen. Dirk Enruhe, dein Vortrag hat was mit Paddington zu tun. Sag ein bisschen mehr dazu und warum ist der in der Sikon im Programm mit drin? Ja, Viktor, hallo. Paddington, zum einen, weil das natürlich sehr sympathisch ist. Paddington, wir kennen glaube ich vor allem die, die Kinder haben, diesen berühmten Film, der letztens kam. Ich selber war jetzt vor zwei Tagen noch in London in Paddington, weil ich mich im Thema Natural Language Generation dort umgetan habe bei einem sehr spannenden Unternehmen. Hier ganz konkret, es ist ja der Titel, der gefährliche Weg in die Agilität. Und ich denke, viele, die diesen Weg beschritten haben oder auf dem Weg sind, werden das bestätigen können. Ich erwarte, ich erhoffe mir von diesem Vortrag nicht nur Gefahrenhinweise, sondern insbesondere auch, wie ich mit diesen Gefahren umzugehen habe. Und wenn man Paddington nicht nur mit einem sympathischen Bär verbindet, sondern eben auch mit dem Bär als Raubtier und den Gefahren, dann denke ich, kriegen wir hier sicherlich sehr, sehr spannende Hilfen, Hilfestellungen, aber auch Warnhinweise, wann man auf welches Geräusch reagieren sollte. Also, schönes Bild, was da im Titel benutzt wurde. Und wer sich davon selber überzeugen möchte, ob es auch übersetzt wird, der muss nach Hamburg kommen, zur SICON im Mai. Okay, alles klar. Dirk Enro, besten Dank. Dankeschön, Viktor. Vielen Dank. Vielen Dank.